ZS3 VK60 Hauptsignalkreis 12F Einfahrsignal 12F Einfahrsignal 10P1 12F 10P1 12F 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 13F 10P1 12F 13F 14F 15F 15F Rhein-Brol, Ex-Stellwerkerhefen-Vorpommern, 23.2. Rhein-Brol, Ex-Stellwerkerhefen-Vorpommern, 23.2. Rhein-Brol, Ex-Stellwerkerhefen, 23.2. Rhein-Brol, Ex-Stellwerkerhefen, 23.2. Rhein-Brol, Ex-Stellwerkerhefen, 24.8. Rhein-Brol, 26.0. Rhein-Brol, 10.0. Rhein-Brol, 16.0. Rhein-Brol, 13.204. Rhein-Brol, 16.0. 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 13P2 näher dran, 13P1 weiter weg. 13P1 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 14P1 13P1 13P1 15P4 15P1 15P1 16P5 Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist noch etwas. Untertitelung des ZDF, 2020 Neuwied, Ausstieg in Fahrt Richtung rechts. Untertitelung des ZDF, 2020